Hi! Also für die, die wissen wollen, wie man Bienenschwarm richtig einfängt, man nehme einen Bienenschwarm, man nehme eine leere Kiste und macht alle Rähmchen und Oberträger raus, zumindest die in der Mitte, stellt die Kiste hier unter den Schwarm und dann schüttelt man da mal ordentlich am Ast. Alle Bienen fliegen runter in die Kiste, dann macht man die Rähmchen wieder rein, dann macht man Deckel drauf und bringt den Bienenschwarm so wie er ist, ohne kellerhaft, an sein Ziel. Also in dem Fall werde ich diesen schönen Bienenschwarm dahinten jetzt gleich aufbauen. So einfach einen Bienenschwarm zu fangen und bitte jedes angebliche Wissen vergessen, dass man Bienenschwärme in kellerhaft packt. Das ist nämlich definitiv Tierquälerei. Lasst eure Bienen fliegen! Die wollen das!